Die nächste Kurve. Oh Gott. Ich wage zu behaupten, dass ich jetzt irgendwas da drüben tun werde. Oder auch nicht. Ne, da unten. Ja klar, da unten habe ich doch eben schon gesagt. Okay, ja. Ja. Das ist aber nur für die zugänglich. Die so ein Ding zum Schwingen dabei haben. Ha! Sie ist sogar genauso niedrig gelandet wie ich. Okay, nach da drüben geht's. Nach da drüben geht's wahrscheinlich auch, ja. Oh Gott, ja, okay. Hier wird gleich noch gekämpft. Hier wird gleich noch gekämpft. Kann man damit irgendwas machen? Hm, sie dreht sich. Sie hält ein Schwingen. Das ist sicher wichtig. Okay. Moment, wo kann ich mich hier hinschwingen? Den hier kann ich auch noch verschieben. Mein Problem ist eher gerade, dass ich an der anderen Stelle anfangen muss. Hier kann ich mich doch auch rüberschwingen einfach. So, da drüben. Warte, wir gehen kurz noch da drüben mal hin. Da ist die Statue aber kaputt. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das heißt, hier drüben kann ich mit dem Licht eh nichts anfangen. Ich kann mir vorstellen, was wir machen müssen. Vorsicht, die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Ja, naja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt einfach hier einmal rings, also, ich drehe jetzt erst die mittlere nach rechts, also, sodass der Strahl, den die da wirft, zu der Figur nach rechts rüber geht. Also, von hier aus jetzt gesehen, rechts, wenn man vom Lichtstrahl guckt, links. Ja. Nur ein Stück. Nur ein Stück. Ja. Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Ja. Nee. Nein. Stopp. Irgendwie so. So. Ah, okay. Es steuert sich gar nicht mal so einfach hier, diese blöden Statuen. Okay. Das ist schon mal richtig. Moment, hier muss ich springen. Wo läuft sie eigentlich lang, wenn ich fragen darf? So, was mache ich hier drüben aber jetzt? Weil die Statue ist ja kaputt. Kann ich den Spiegel irgendwie hochheben und da selbst... Aber ich glaube, das Spiel ist doch bestimmt zu schwer, oder? Nee, ist noch nicht. Sie spielt jetzt Statue. Du bist eine tolle Statue. Ja, ja, ja. Okay. Okay, da ist was passiert. Also kann ich den hinlegen? Nein, warte noch. Was ist los? Ich sehe von hier drüben nichts. Warte, halt noch. Eine Sekunde, still. All das Wasser. Das ist ein Reinigungsentwurf. Oh, oh, Carsten, Spiegel erst hinlegen. Scheiße. Wir haben uns gefunden. Mach dich bereit. Schöne Scheiße. Die Statue, die Statue, die Statue, die Statue. Oh, 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 oh. Oh Gott. Aua. Oh. Vielleicht sollte ich einfach aus der Hüfte schießen in dem Moment. Oder ich bleib einfach hier. Okay, das liegt schon mal besser als eben, okay, vielleicht irgendwo eine nade, da. Oh, das war mal ein Lucky Shot, das war mal ein Lucky Shot, könntest du hier bitte runtergehen, danke, aua, da oben schießt noch einer, ja, ist sofort, danke, aua, muss hier wieder runter, das ist nicht nett, dass ihr das hier kaputt schießt. Warum lebt der denn jetzt noch? Jo, einmal. Der lebt, der lebt noch, lebt noch, lebt noch, lebt, oh, oh, hauer. Du auch noch, komm. Okay. Das könnte es gewesen sein, nein, schon mal nicht. Jetzt aber, oder? Kommission, oder muss ich die Waffe wechseln? Wobei die Musik immer noch nicht aufgehört hat und wir noch nicht, da ist noch einer. Jetzt aber. Holy shit, könntest du hier aufhören? Wol, das ist doch geil aus. kommt jetzt noch eine oder nicht mehr deckung das ding ist leider scheiße geflogen das ding ist ab wo ist das ding hin wie kommen wir darüber doch hier springen ok risiko ok es geht oder auch nicht so richtig ich befürchte wir werden empfangen ganz schön heftiger stoß ich habe mir sorgen gemacht kommt zeit für ein wiedersehen er wollte euch nicht verraten trotz meiner überzeugungsversuche ich muss gestehen du bist ganz schön gerissen erst stimmst du meine scheibe dann lässt du mich durch deinen experten ablenken das ist clever vielleicht fließt in dir doch ein wenig indisches blut klar und denn Ich glaube, er nehme ich. Tja, bringen wir es zu Ende. Okay, okay. Schubst du mich jetzt hin? Ja, tut er. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Das stinkt hier so. Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt, der Punkt. Sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Ich sehe uns hier noch gar nicht rausmarschieren. Oh Mann. Das hat klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Soll ich jetzt aufmachen? Holy shit. Okay. Das ist bedrohlich. Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht tragen. Wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja genau, Chloe. Er wird dich einfach um... Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Ich bin da dagegen, da ste... Mal sehen, was wir haben. Ich bin da dagegen, da ste... Okay. Mach keinen Blödsinn! Ja mach ich ja nicht. Ich kann tatsächlich schlagen, okay. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier machen kann, oder muss, oder soll. Ja, 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 ist ja alles gut. Habe ich eine andere Möglichkeit, als hier jetzt dran zu gehen? Okay, das Ding in der Mitte dreht sich doppelt so schnell wie der Rest. Hier dreht sich... Hier dreht sich alles gleich schnell. Das hier brauche ich eigentlich nur am Ende noch, um uns in die richtige Position zu bringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber habe ich nicht eben noch mehr gedreht? Ja, das meine ich... Moment. Oh shit. So. Wie muss das überhaupt da aussehen? So muss das aussehen, okay. Drei mal. Nein, da drehte sich die Mitte ja auch mit. Nein. Oh Gott, so richtig gut stelle ich mich hier gerade nicht an. Da dreht sich die Mitte halt mit, ist mein Problem. Das passt alles nicht zusammen, was ich hier mache. Nein, jetzt fehlt wieder der äußere Ring. Moment, eigentlich muss ich jetzt nur noch das Ding hier drehen. Aber muss vorher das andere noch ausrichten. Wie muss es eigentlich sein? So muss es sein. Jetzt muss ich aber die Mitte wieder noch ausrichten, dass sie passt. Nein, ich habe es schon wieder vergessen. Das muss irgendwie so. So, so. So. Jetzt habe ich es. Das hat auch gar nicht lange gedauert. Nein, das ist doch nicht. Ich habe die Mitte schon wieder verkackt. Weil ich hier war ja die Mitte drehe. Ich kann halt leider nicht nur die Mitte drehen. Warte mal, irgendwo drehe ich aber die Mitte mit hier oder? Ich glaube, er schießt sie gleich. Die Musik wird ein bisschen hektischer. Jetzt müsste ich das Ding hier drehen. Da muss aber die Mitte außer, also da muss jetzt halt die Mitte, warte mal, ich brauche zwei Stück dreht sich die Mitte hier bei. Ne, aber da dreht sich ja alles mit. Irgendwie habe ich es jetzt durch Zufall geschafft. Kopf runter, Kopf runter. Also. Hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Hä? Okay, und jetzt? Ja, das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Äh, ich, ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parasurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's. Und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Ah. 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 Großartig, nicht wahr. Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du in dir hinstecken kannst. Ja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also, was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach komm schon, ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Ich weiß nicht, wie's euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Auf wem sagst du das? Ich hab mich so drauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freu mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnte nicht einmal still sein. Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Haha, ja. Ich ja. Oh. Hey, er liebt mich. Ich hab's. Moment. Ja. Okay, jetzt sehe ich. Komm mal. Oh. Oh. Hey, dann. Na, die ist kurz. Oh, ich will ja nicht drängen, aber kommst du dich ein bisschen bei. Wo? Da. Die Flucht toll. Wo? Oh, komm schon. Oh, 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 oh. Ganz schlecht. Oh. Okay. Jetzt bitte Luft holen. Und den Brocken müssten wir wahrscheinlich ausweichen. Aua. Okay, ja, ich muss den Brocken ausweichen. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass sie das so halbautomatisch machen wird. Ja, gut. Als 2020 war's.